Haben Sie Ihren Stromanbieter in letzter Zeit gewechselt? Ja, ich habe schon mal gewechselt, vor fünf, sechs Jahren, aber irgendwie, wahrscheinlich könnte man jetzt wieder wechseln, aber ich habe irgendwie die Muße verloren auf den Vergleichsvorteilen, die einzelnen Konditionen zu sehen, die AGBs durchzulesen. Es ist irgendwie recht unübersichtlich und ja, die Zeit habe ich auch nicht und dann bleibt man eigentlich da, wo man ist.